Willkommen zu einem neuen Türchen und damit zu einem Türchen, was ich gestern ja schon angekündigt habe. Nämlich heute mit dem Bautipp, Custom Bäume zu bauen. Denn man kann, wenn man Gebäude baut und da Bäume auch vorplatzieren möchte oder generell eine ganze Stadt baut, kann man die normale Generation von Minecraft nehmen oder man baut sich die einfach selber. Und das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Ich habe mir die Cherry Bäume genommen, habe geguckt, welche Farbe hat der Stamm und habe danach Treppen rausgesucht. In diesem Fall waren das dann Nether Brick Stairs. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Denn ich hatte erst Sorge, dass man die Bricks eventuell zu stark raus sieht. Aber in Kombination mit den Logs passt das ultra gut zusammen. Aber trotzdem werde ich höchstwahrscheinlich nicht jeden Baum in dieser, in Anführungsstrichen, Stadt selber bauen. Da ich diesen Bautipp ja jetzt gezeigt habe. Ansonsten wollte ich noch sagen, man hat gestern doch scheinbar sehr doll rausgehört, dass ich heiser war. Jetzt geht es wieder. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was für Bäume ich vielleicht noch mal zeigen soll, die Custom zu bauen. Denn dann würde ich das noch mal machen. Und ansonsten wäre es das mit diesem Türchen schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und damit sehen wir uns hoffentlich morgen zum 14. Türchen wieder. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao, Leute.